Halt, nicht in den Höhe. Das ist noch mehr. Mehr als du denkst. Hallo, Mia. Was ist denn hier los? Wo wollen denn die Autos hin? Möchtest du auch ein Auto werden? Na dann los. Wir brauchen Räder und Achsen. Der Locher kann die Löcher für die Achsen machen. Super stillgehalten, Mia. Bleib kurz zu flach. Dann bekommst du eine Windschutzscheibe. So. Huch. Jetzt bekommst du auch endlich Räder. Ich pikse kleine Löcher rein und stecke sie in die Achsen. Noch etwas knete, dass sie auch gut halten. Tada. Gefallen sie dir? Jetzt kannst du durchstarten, Mia. Aha. Hier wollen alle Autos hin. Zur Zauberwaschanlage. Jetzt bist du dran. Achtung. Los geht's. Ui, Mia. Bist du ein tolles Rennauto geworden. Genau wie die anderen. Aber bittin. Innen, ¶ 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 Misskä,要ic couch ह tack. FIFA 1 SP's